Das sind so Klassiker, aber es sind halt du hast dann sehr shitty Champs auf deiner Seite. Oder CW ist auch statistisch gesehen gut wohl. Ja, aber das war ein bisschen ein Loilo-Ding. Die Debatte hatten wir schon mal. Ja, die hatten wir schon mal. Müssen wir doch mal ins Custom-Game. Stimmt. Hier steht auch Amu, soll wohl gut sein. Findet ihr es offensive, wenn euch jemand Junge nennt? Nein. Mein Chat diskutiert seit 20 Minuten, ob das offensive ist. Den hast du Junge genannt? Nein, irgendwer von euch hat mich Junge genannt, aber das stört doch keine Sau. Das ist mir so nicht. Das ist doch auch was komplett anderes. Wenn du unter Kollegen saßt, ist doch kein Problem. Das ist doch sowas wie Maid oder Alter. Oder BAY, wie die jungen Kids sozusagen sagen. Wir sind doch Junge. Kumpel. Ich sag auch mal so BAM, Junge, bei irgendeinem Kind. Aber ich hab noch nie gedacht, dass das offensive wäre. Wenn jetzt eine Person, die du gar nicht kennst, das ist, was sie meinen, und du sagst Junge, ist es dann offensive? Aber wir kennen dich und du kennst uns. Dann ist es schon ein bisschen unangenehm. Ja, maybe. Ich glaub, das ist sehr kontextbezogen. Da würd ich mitgehen, glaub ich, ja. Leute spielen seit zwei Jahren im Team, einer sagt Junge und der ist so fancy. Geil. Sehr geehrter Herr Hinterecker, möcht ich bitte ingame adressiert werden. Oh, geil. Ich kann dich nach unserem 1v1 als das Alpha-Kätzchen ansprechen. Das kannst du, ja. Jetzt werden die mal gefickt, gib mir mal Victor her. Okay, da will jemand ernst machen. Das fand ich jetzt persönlich ziemlich offensive, dass du das sagst. Wollt ihr was probieren, Motlin? Hast du Wex geübt, eigentlich? Nur mal so als Zwischenfrage? Ich hab Wex ein paar Games gespielt und war terrible. So. Ja, also meine Antwort auf Catelyn wäre probably immer eine Jings, ne? Jings. Willst du nicht was anderes probieren? Nein, ich weiß, dass das auch noch nicht klappt. Du weißt es. Ja, also ich kann Gin gehen, aber... Ja, ich würd's gerne sehen. Darf ich? Aber ehrlich gesagt, ich würd den Gin auch mal sehen wollen. Nein, jetzt krieg ich einen Fake-Dugter. Oh mein Gott. Ja, aber dann sag das doch, wenn du ihn wegen Fake-Dugter nicht haben möchtest. Nein, ich will ihn haben. Ich glaub auch, dass es gar nicht mal so bad ist. Aber... Und aus dem Wochenende muss er halt selber das sehen. Die sind doch nicht bad. Nein, ich weiß, also ich hab jetzt... Also ich weiß, wie Katelyn funktioniert so. Also du weißt jetzt, also die Aussage, wenn die Katelyn picken und wir Jings nicht kriegen, haben wir verloren. Ist nicht so gut für uns, ne? Insgesamt. Add Stormfury. Add Stormfury. Add Delivery P. Ach, aber letztes Mal haben sie sich auch baiten lassen von der Nahpriorität. Das stimmt, ja. Da haben wir uns auch geholfen. Stormfury muss mal irgendwo mal in seinem Stream gesagt haben, dass er unsere Streams nicht mehr schaut, weil er sich damals so baiten hat lassen und weil wir so viel Scheiße verzapfen, deswegen hört er uns nicht mehr zu. Ich würde hier kein gehen. Jetzt schon? Bei mir ist gerade Delivery Grendma im Chat. Ach gut, ich kann den haben. Sonst können wir auch auf Topline picken, aber wenn du haben willst, kann ich den haben. Und Stormhorst. Klasse. Aber das hat er auch zu uns beim Finale gesagt, als wir auf die Übner kurz kamen. Da meint er auch so, dass wir immer nur so viel Scheiße labern und in den Streams immer griffen. Das war sein Hauptpunkt tatsächlich, dass er es... Er denkt immer, wenn unsere Streams guckt, dass wir richtig schlecht sind und dann schwimmen wir gut und competitive. Ich bin ehrlich, ich gehe da mit ihm, wenn ich das so guterlese. Aus dem letzten Scrim kannst du, glaube ich, nicht viel ableiten. Nautilus, lassen wir durchgehen. Wir wollen keine auf Nautilus. Oh mein Gott. Aber er meinte, er hat unsere Streams gesehen, bevor wir gegen Frankfurt gespielt haben und dachte, dass wir halt einfach nur drei gestompt werden oder so und dann haben wir ganz anders gespielt bei dem Game selbst. Frank wer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was tust du? Die Armen in Frankfurt. Das ist jetzt der doppelte Espresso. Ich bin jetzt wieder confident, der Zypfläck ist mir öffn. Jawohl. Endlich. Endlich. Ähm. Also auf die Lux habe ich immer noch keinen Bock, aber maybe spielt er gar keine Lux. Ich habe Lux schon gebannt. Okay, dann haben wir die Karma noch weg. Oder? Du bist wach, Junge. Denk gerade an Lulu oder sowas. Lulu ist doch komplett free. Also, das entkräftet doch die Caitlyn komplett den Land. Nee, ich ban die Karma. Keine, was überlegst du für dich selber? Hast du schon eine Idee? Ja, aber die traue ich mir noch nicht aussprechen. Sag mal, Trash? Ja. Ja, finde ich auch gut. Okay. Oh, du kannst aus Javan raus und wir haben wahrscheinlich die Momente Lane. Ja, ja, ja. Nice, das war ja dummer ein Gedanke. Und ist das sowas wie Morgana Endgegner oder? Oh ja, oh, actually true. Ich kann Trash hier nicht picken, wenn er Morgana pickt, dann können wir FF'n. Also, ich kann mal Arthrox hier, ne? Wobei? Ist es glaube ich nicht, dann ist halt nur die Lame Bad. Aber ich spiele halt E-Lampen. Wir können aber so oder so Arthrox picken hier. Wenn wir so oder so Arthrox? Aber wir sind Reds, die doch Last Pick geben. Ich bin Morgana Band sollen. Ist hier John nicht in Sanja? Ich würde hier Arthrox picken. Was ist denn Arthrox? Nein, pick jetzt bitte Arthrox. Hallo. Ich meine, Fiora ist gebannt, Leute. Ja, die haben zwei Counter gemacht. Die haben Arthrox. Ich würde auch gerne sehen, was seine Antwort jetzt ist. Er weiß ja offensichtlich, dass er seine eigenen Counter gemacht hat. Was pickt er jetzt? Ich habe von Anfang an dich supportet, Tolkien. Du hast mitgedacht, ja. Ich habe eine Frage zu Arthrox-Skins. Ja? Was ist Prestige 2022 und was ist Prestige? Wo ist der Unterschied? Du hast einen anderen Border und du hast ein anderes Schwert im Game. Also ich habe es auch nicht gesehen, wurde mir auch nur gesagt, als ich jetzt mal die gleiche Frage hatte. All righty. Interessant. Jack ist okay. War früher gut für Arthrox. Bitte, bitte, picke jetzt. Wahrscheinlich eine Beleidigung. Kann man gewinnen, oder? Da damit der mit der Volljährigkeit erworbene Titel heraberkannt wird. Was? Den habe ich in meinem Leben eh noch nie bekommen, von daher. Okay. Er blindet Morgana. Okay, okay. Das ist eine Karma-Karte, die wir nicht gewinnt haben. Ja, Karma ist jetzt huge hier, ne? Ja, voll gut für uns. Karma und Luxe sind jetzt beide geil, ne? Ja, genau. Also, wir haben die gewinnt, ups. Das kann ich denken. Gut, sie fix. Ähm. Das ist nicht bad. Tja. Janna, Janna, Fresh, Renata ist hier legit auch gut. Boah. Janna finde ich, ja, dann wähl mal. Janna finde ich gut. Na, wir setzen die Lane aus. Ich weiß nicht. Fresh. Cool, 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 cool. Insane. Fresh ist insane. Wir haben gerade getent, um uns selbst zu counter, weil wir alle Counter selbst gebannt haben, ja? Ja. Erstmal dieses, lasst ihn denken und es kommt einfach 10 Sekunden nichts. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Warum haben wir Lux und Karma gebannt? Weil das gute Pärchen sind mit Catelyn und wir haben den Step aber nicht weiter gedacht, dass Karni keine Antwort mehr hat. Nein, das Problem ist, ich habe, also ich, wusste nicht, dass ich 10th Pick habe. Ich dachte, ich muss wieder blinden. Deswegen. Du, Raka, mache ich nicht mehr spielen gegen Catelyn Morgana. Wir haben schon mal. Bitte Pause. Aber das ist einfach nur, also, schlechter Tag. Wenn das actually gut ist, sollten wir es vielleicht auch nochmal probieren. No? Also, ich meine aber noch eigentlich auch echt gut an. du kannst deine Cube hoch. Vor allem mit Gin. Du liegst deinen Silence und hast deinen Root und dein Hals so ein bisschen und hast brave clear. Ich habe actually eine Idee, die, glaube ich, gut wäre und zwar Zerav hier. Zerav Support, der, glaube ich, actually war ableh. Kein Cap. Bitte sag's nicht. Kein Cap. Ich habe gerade ein 1v1 gegen Kani Xerat gespielt und ich sage dir eine Sache, Aguri. Du hast das Dance Battle, du hast die Dance Friedens Party gemacht. Ich habe Skillshots gesehen. Ja, wahrscheinlich. Der hat sich in mein Gesicht eingebraten, in mein Gehirn. Ich werde heute Nacht schreit aufmachen. Ich denke nicht, dass ich mit Kani Xerat Botlane spielen will. Ich würde es auch nicht wollen. Aber wenn es so gut wäre, würde ich damit spielen wollen. Okay. Ja, nee, ich würde auch nicht mit meinem Xerat spielen wollen. Ich habe den Champion doch nie gespielt. Also, wenn es die Fremdyself-Behra würde ich sagen, rein da. Ja, ich kann auch mitgehen. Ey, danke dir, Bruder. Das weiß ich zu schätzen. Kein Ding, Junge. Oh, jetzt hat ein Bruder gesagt. Ist das jetzt auch wieder offensive? Von dir schon. Aber bei Aguri wäre es nicht offensive. Oh, Mann. Ich glaube, wir wollen einen Draft Remaken, oder? Könnt ihr jetzt bitte immer... Ich finde, wir sind nicht so unzufrieden damit, oder? Natürlich. Also, der Thresh ist halt troll, ne? Nein, das Ding ist halt, normalerweise könnten wir trotzdem Thresh spielen und wir würden dann uns count haben. Mit Morgana. Ich bin weg. Schluss. Halt. Okay, wir sind ready, ja? Ich finde, der in Topside war auch geiler als unserer, aber vielleicht auch einfach... Vielleicht bin ich da biased. Ja, mal schauen. Warum? Also, ich würde gerne im Enemy-Team spielen. Ich würde auch wechseln. Wie ist denn Jacks Artox? Ja, gut für Jacks Artox in der Vergangenheit. Ich glaube, dass ich so sehr geändert haben sollte, also... Also, Mitte ist neutral, vielleicht... ist neutral, ich gewinne später, sie gewinnt early. Ja, Javan ist broken auf dem Patch, das Ding. Okay. Was ist, dass ich Djinn habe, aber ansonsten mag ich uns und so darf ich mich so weit. Hä? Von allen Dingen. Also, ich mag ja einfach normales Thresh gegen Javan, aber... Also, No Joke, den ist schon ziemlich schlecht. Danke. Ich mag diesen No Way einfach nicht. Aber ist in Lane actually gut, also... Der No Way ist in Lane actually sehr gut, ja. Oh, I have fallen. Oh, Gott! Äh, wir spielen aggressiv am Anfang, Karni, ne? Wir gehen voll auf, voll auf Lane-Push. Möchte der Darken vom Darken einen Link schaffen? Ja, wäre schon geil. Dann hoffen wir halt, auf dem Level 2 Spark einen Kill kriegen und wenn nicht, dann haben wir halt verloren. Ist das ein Power-Dash oder ein normalen? Ein normaler, reicht, glaube ich. Ja, sowas machen wir gerne. Kann ich lang weggehen? Ist nicht bad. Eieieieiei. Gibt's ne Welt, in der die uns Level 2 ganken? Es gibt also immer eine, wo die uns Level 2 ganken, wenn die wollen. Weil, legit, ich würde es tun, wenn ich der Javan wäre. Die Option besteht, natürlich, ja. Wäre auch, glaube ich, sehr gut. Ja, ja, ich glaube, ja, wir spielen da voll rein und hoffen, dass es einfach nicht passiert, oder? Yes. Rex, hat probably Gleashed, er hat Mana benutzt. Oh, Mittelspiel, actually Corrupting Potion. Schlecht, oder? ne, die wird also Druck voll spielen wollen und das starke Early von Ori ausnutzen. Das heißt, die wird pusht haben. Oi. Should be A-O-K. Ich hab mein Share vorhin gegrieft. Also, sie hat solo, äh, solo gestartet, ne? Ne, Torf hat probably Gleashed. Achso. Er hat Mana benutzt. Loki, Loki. Okay. Eieieiei. Das wäre ein Wards, hier im Rewr, für euch schon mal, glaube ich, sehr effektiv. Ich hab's super. Wow. Jetzt schon kein Mana mehr. Fuck. Oh, die. Der hat keinen mehr gemisst. Der hat keinen mehr gemisst. Der ist hinter euch. Der ist hinter euch. Der ist hinter euch. Eieieiei. Eieiei. Das Ding hat ja los. Wie bitte? Geil. Ne. Kann ich hier in der Mitte gehen? Ne, ne? Ich muss reset. Können wir zusammen auspushen? Morgana. Da kommen drei Leute gerade. Ich hab... Ne, ne, können wir nicht. Also, wenn die dich ganken, nehme ich Raptoren. Aber sonst... Okay, dann lassen wir dich mal ganken, ja. Hier, komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Ich bin nur auf dem Weg. Ist die Morg dahinter? Ist trotzdem, glaub ich, gut. Die Morgana hat keinen Flash. Morau? Ah, mal. Uri ist geflasht, über die Wand. Bye, bye. Sind beide geflasht da gerade? Ähm, Uri ist auf jeden Fall geflasht. Ich hab gerade bei der Uri auch gesehen. Uri ist über die Wand geflasht, ja. Ne, der ist nicht geflasht, glaub ich. Doch, er ist geflasht, er ist geflasht, schnapp hoch. Doch, doch, er ist geflasht. Ich möchte irgendwann, wenn du nach deinen Crux einmal kurz mitbekommen kannst, wenn ich hier die Wave einmal reinkriege. Ich kann nach Crux und Raptor angehen. Das ist super klasse. Yo. Junge. Nice. Jarvan ist hier gerade wieder an der Grog. Ihr Blacksheet hat weniger cooler. Warte, warte, warte. Alles gut, alles gut. Boah, das klingt gerade so, dass wir die Probe kochen. Topside. Black ist auch sehr fucked, ist sogar diveable, wenn er hier stayt, aber er sollte becohen. Hier hat er jetzt wieder Black. Jarvan, wie gesagt, topside, ne? Ja. Nice. Geht kurz worden. Mal gucken, ob ich jetzt Tabis kaufen muss, ob ich für King den schwingen kann. Willst du den Watt haben? Wie willst du das haben? Soll ich einfach ganken oder soll ich einfach rauspushen, Freddy? Push einfach raus. Die nächste dann, ne? Ich bin einfach... Ich kann die Wave dann. Ja. Ja. Und so. Ich meine, wir können die auch tatsächlich killen, schauen wir wie die spielen. Ja, schon mal. Hier hat kein Flash. Ja, ich bin da. Ja, die ist tot. Komm vor sich. Oh no. Du hast kein Flash, ne? Nee. So tot? Probable. Das... Was sie tippe? Nö. Okay, dann ist das vielleicht so okay. Ah, Jarvan, Jarvan, Jarvan. Also wenn der Lämpfer spielt, seit er fallen, by the way. Also wenn ich jetzt gleich da bin, könnt ihr wieder retaken, ne? Ich bin sehr viel stärker. Kannst du Lantern spielen? Mhm. Ich kann aber auch gerade wieder mitte laufen. Ja, ist mitte, ist mitte, ist mitte, ist mitte. Kannst du oben raus? Ich nehm Raptor. Okay, ready? Du bist glaub... Also maybe klingt er nicht. Vielleicht musst du executen. Wann hast du wieder ein Wort? Vielleicht kann auch zu dir move und fertig das hier. Ja, ist glaub ich ein Execute Angle. Ich bin Jin, ich brauch ewig. Ich bin jetzt gleich hinter den, aber ich würd Lien gerne einfach nur Radfahren fahren. Mein Hook hat noch 10 Sekunden cooldown. Haben die Flashes oder so? Äh, ja. Ne, warte. Support nicht. Ihr Team 45 hat, Support hat noch keinen. Die move zu dir, oder? Noch nicht. Ist einfach safer. Also wenn die in Fight verwickelt und ich bin nicht hinter den, ne? Vielleicht sogar dive nicht bad. Actually, die hat die Stopwatch schon nicht, ne? Eigentlich ist der dive okay. Ja. Einfach auf den Morgana und dann raus. Ja. Ich kann dir... ...Lantern geben. Ja. Ich will nicht mehr tanken. Du musst tanken. Na gut. Das ist fein. Ich lieg vorn. Oh. Ich hab das Schild von Lantern leider nicht bekommen. Ich bin schnell rausgekommen. Ich hab's nicht geworben. yet. Ich hab die blöse. Wärts geht hier probleib auf Funny Fruit. Der ist ziemlich fakt. Das ist eine Crap. Widerwäi. Mit der machen. Die Crap, die Crap. Mit ist jetzt für eine Weile rough. Hier das Wortmankchen. Er hat auch Krabbel genommen. Ich bin sehr viel stärker als er. Sehr, sehr, sehr viel stärker. War dein Harald-Spin? Ich bin halt Kayn. Morgana ist auch Mittel. Aber ich bin nicht schwach eigentlich. Der ist Brot sehr stark. Dann fang ich mal den Harald an. Die Frage ist... Ah, der ist raus. Ich weiß nicht, ob ich da meine Lenten geüßt. Ich muss sie dann nach oben haben. Also ich kann dir jetzt 10 Sekunden helfen. Oder du hast den Harald, oder? Nee. Ja, safe ist noch gar nichts. Dann werde ich hochlaufen. Sollte da Jarvan auch straight laufen. Jetzt könnten gar der Jax und Morgana. Ja, aber der ist so low, der Angst, dass du ihn divest. Ich move zu dir. Aber eigentlich will ich nicht, dass er reconnt darf. Er ist so fucked, wenn er nicht resettet. Ja, ist 3 jetzt. Ich hab's. Ich nehme kein Gold weg. War nicht gut, dass er 3-something darf. Okay, nice. Darf er? Danke schon. Okay, dann geh ich wohl ins Red machen. Hat der Jarvan Ult? Ja, ne? Ja. Ja, hat er. Oh, er ist echt nicht cool. Ist halt egal. Ich kann 4 top spielen, wenn du möchtest. Die Botlinie hat es ja feuer. Du könnt for sure liven. Ja, dann komm ich zu her. Wenn du tankst und resetest, ist das super. Ja, 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 ja. Äh, wahrscheinlich ist der Jarvan aber grad an seinem Blubarb. Vielleicht müssen wir das zuerst falten. Da hab ich jetzt gerade keine Preu für. Also, ich kann auch schon move. Kann auch mal die Preu-Tisch nicht mehr raussehen. Okay, erst nicht mehr hier. Also, erst nicht mehr hier. Dann komm ich noch um. Glaubst du die Wave? Ja, was meinst du? Hast du vorn? Lanternen up, Lanternen up. Einen Fight noch. Jarvan kommt runter für Drake. Der Jarvan hat immer noch nicht geresettet, der Jarvan, by the way. Aber ich hab keine ULs. Ich würd's nicht machen. Ich hab eine toplane gute Fights garantiert, mein Freund. Vielleicht. Ne, auch nicht. Die kommen hier. Blubarb würde ich die Fights hoch. Die Morgana, die Morgana, die Morgana. Ich bin, ich bin Hälfte Leben. Aber wir haben keine ULs. Nicht so. Nur wenn die reingeht. Uri kann auch move jetzt. Nur Defensive Fight. Ja, das. Die hat Privacy Mitte, keep in mind. Okay. Kann ich basen? Ich dropp mal. Ich hab den Blue. Ich hab, mehr können sie nicht. Du bist Union. Ja. Die könnten probieren, Mitte zu diven, theoretisch. Ich lauf direkt Mitte. Ah ne, es sind beide unten. Wahrscheinlich, ja. Also Jarvan mit Uri kann mich diven. Macht der, glaub ich, jetzt nicht. Ja, sieht nicht so aus. Ähm, die Gromf von denen ist ab. Ich kann Slowpush kreieren auf der nächsten Valve aber erst. Also, also, so 15 Sekunden hast du, hätten wir doch hier. Die Basen hier, ne. Dann hau ich auch direkt wieder. Na, ich hab jetzt noch keine. Ich kann noch Push näher. Wenn du jetzt durchrufst, dann kann ich move. Ja, ich darf durch. Ist aber vielleicht nicht mal so schlau, weil ich keine Ult hab. Ich hab kein Ding gecancelt. Aber wird mit Form gegeben halt. Mhm, dann werd ich auch von Morganas hier. Komm zur Best-Ultin, 20. Ich schau aber, wir machen Midsprime. Ist noch da. Willst du mich fighten? Ich geh in den River. Hast du die? Ich hoffe so. Also, ist kein guter Fight. Ich werd ein bisschen trappen hier. Bist du sicher? Ja, ja. Ich hab kein Ult. Okay, ich werd auf. Okay, ich komm rüber. Nice. Nice. Good job, Bot. Uri kommt, Uri kommt, Uri kommt, Uri kommt. Ah, nach oben aber, nach oben aber. Nach oben, ja. Ah, das wär da raus. Könnt ihr raus, oder? Nein, ich bin jetzt. Oh, wenn Uri nicht da ist, hätte ich den Jacks actually. Fuck. Ja, war aber nicht so geil, I think. Das wieder überhaupt zu fighten. Actually. Weißt du, ich werd ihn hier schon weiter fighten können? Maybe. Er hat keinen Flash. Aber ich herrl dich ja, ne? Der läuft bald aus. Ich hab nichts damit. Oh, egal. Davon ist da. Ich kann gleich zurückdipieren. Fünf Sekunden. You like the turret? Jetzt? Ich kann auch nach oben laufen. Aber jetzt ist er einfach tot davor, oder? Ja, sparket jetzt, oder? Actually. Ah, ist schon sehr scheiße. Ich komme, Freddy. Nein, der hat's Blum gemacht. Natürlich hat er Blum gemacht. Er hat keinen Flash, die Morgana. Er hat überhaupt nichts. Keine ult. Kannst du die helfen auspushen, oder? Nein, 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 nein. Nee, komm lieber unten, die Caterine. Ah, I'm in. Okay. Hey, Tolkien, wie geht's? Top? Reiß dich zuerst! Es ist feines, es ist feines, es ist feines, es ist feines. Es ist great. Kannst du die runterrennen? Nein. Ich bin vor der Morgana da. Morgana kann, sie ist auch low, wenn sie kommt, ne? Hat der Jacks Flash, oder TP? Er hat. TP hat keinen Flash. Dann wird er wahrscheinlich Platte nehmen, TP, ne? Ey, Jhin, it's so banned! Sorry. Äh, wir haben uns 10th pick counterpicked, FF, ich will zu denen ins Team! Ja, noch ist das Game nicht vorbei, ne? Also, ich hab jetzt formen. Ich war immer schon sehr stark auf deinem Slank. Vor allem Brücki, Jhin. Du wirst wohl nicht weniger werden als Caitlin, oder? Äh, doch. Na klar. Also, du kommst gerade runter, ne? Ne, mind. Ich bin, ich bin sehr stark Mitte jetzt, by the way. Wait, wird es jetzt ein Brückcher? I'm up, Freud. Die gehen in die Mitte dahin. Aurilon? Ne? Ja, die läuft mit der Ration. My man! Geh mal weiter, ich geh mal weiter. Ne, ne, wenn du noch ran kommst. Noch ein bisschen Ghost. Hä, wo? Hat die geöffnet? Ne, geht einfach ran. Ich, ich hexe die Lüder. Geh rum, da einfach in die ganze Mitte. Ja, und? Was? Ja klar, die hat gerade wieder bekommen. Oh! Okay, das ist komplett fein. Hat sie gut gespielt, actually. Gut von ihr. Ja, das ist fein, doch. Es war, zwei für zwei war das, ne? Ja, das ist okay. Die Regen vielleicht mit töten halt. Kann mit der Krotieren, aber... Hat die noch Flash? Nein, kein Flash, kein Ult jetzt gar nichts. Ne, sieht mich jetzt auf der Krabbel, dann soll sie wegrennen. Sehr gut. Wir können einfach Heavy um Brücke rumspielen. Jedes Objective Contest. Ein Herald ist ein... Also direkt jetzt Herald, ne? Wenn wir Herald nehmen... Actually, wir sind rechtzeitig zum Dingerns... Der eigentlich sollte Arthur's Bot sein, ne? Normalerweise. Ja, kein TP. Der ist richtiger, ne? Das ist kein TP. Okay, nein, nein, nein. Wirklich Latine. Also, Enigma ist viel wichtiger. Und wenn den Herald nicht nehmen? Ich glaube, wir sind fein damit, wenn Morgan auch unten ist. Ich glaube, wir können den Rush und trotzdem noch den Dragon kriegen. Aber die haben dann ein Setup für Drake, ne? Ja, sollte passen. Dex, willst du da vorne gehen? Willst du einen Drive-Pay machen? Ne, ich mach lieber Harald. Alright. Sam ist raus bei allen, oder? Mitte? Ähm... Ja, Mitte ist raus. Kommt immer schnell zu den Herald-Band und dann gehen wir zusammen zum Dragon. Alright. Ja, dann pushe ich jetzt hart ab. Wir müssen wahrscheinlich auch den Herald, äh, usen direkt. Hab ich gesagt geultet? Ja, danke, kann ich. Sehr gut. Die Diven vor. Haben Botsch. Wir haben hier in Mitte. Kein Flash. Also, die ist relativ divebar. Ja, ich hab keinen Flash. Ich komm nicht auf die drauf hin, sie nicht intert. Ah, geht so schön. Dex, ich probier auch Mitte. Ich hab voll ab. Wenn du W triffst. Alter, du bist so gut, ne? Vorkicin, Vorkicin. Es ist halt wirklich, also wirklich. Okay, kann ich mal. Freddy Victor. Gut. 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 Wow. Ist das das Level, das wir für Kani halten? Das wir dafür wohnen? Ich wollte jetzt auch gerade sagen. Das war's. Argo, ich affriciate das. Was hat Katelyn benutzt? Ich muss sagen, also, viele Trashs mistylen das. Auch in Challenger. Nee, Fitzeck, komm. Nein, kein Scherz. Das tun sie wirklich. Die sind dann Phil. Ja, alle tun das. Okay, wir gehen. Argo, ich liebe dich sehr. Aber. Ich meine, das ist schon ernst. Also, ich krieg so oft trotzdem die Combo durch den Flashs. Bin die für Drake, Tolkien? Ja, Minjava hat nur Kabel genommen gerade. Ich glaub nicht, dass sie auch Drake sein können. Katelyn hat nicht Bot gepusht. Ja, Jax hat wieder Flash, Freddy. Ja. Aber ist gut fürs Land ist damit, wenn du gegen gehst, oder? Ja, ja, klar. Super. Mein Job war mal gut. Können wir den Drag checken? Ich glaub nicht, dass wir machen. Okay. Max, die machen den App. 5k. Dann. Wir move. Jacks hat irgendwie Freddy nicht, ne? Also, Jacks kann da sein. Wie lange das? Boots, okay. Wurde ge... bindet. Dann, Strike geben wir, ne? Ja, ja. Antonin 5. Wollen wir den Jacks oben rein spielen? Meinst du? Ja, mach. Der kommt, der ist Bluebuff alleine. Natürlich. Oh, schade. Oh, das war Knife's Edge. Ich bin irgendwann da, wenn die weiter chasen. Der ist kein Fachmann, aber ich glaub, das war nicht so gut. Nö. Chasen sie noch? Ne, ne? Maybe chasen sie. Ich glaub die chasen, ne? Ich stehe mit scharfen, ne? Okay, dann komm ich, dann komm ich. Wir haben Jacks Flash bekommen. Äh, wir gewinnen gleich. Wir gewinnen gleich, ne? Ich geh hier mit der Wache. Ich hab MP in 5 Sekunden. Ich wusste. Jacks hat MP in 10 Sekunden. Okay, 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 ich wusste. Okay, 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 okay. Kein Flash. Nice. He's so dead. Hast du, ne? Will topper. Hey, danke dir. Achtet auf Jacks DP ein bisschen, bitte. Sven, ich glaub ich kann jarfen vielleicht noch. Platine. Ja, du hast recht, Jacks. Ja, du hast recht, Jacks. Kein Problem. Ah, den töten wir nicht mehr. Nee. Okay, fokus auf, guys. We got this. In the bag, in the bag. Ja, wir halten, wir halten, wir halten. Freddy ist sehr gut gegen Jacks, right? Ich bin fan gegen Uri. Yes, sir. Sehr geil. Kannst denk ich gehen, ich hab Lantan. Ich hab 2, ich bin, ich bin pretty big. Wir werden wahrscheinlich den Crux auf den Weg nehmen, ne? Ja, nehmen wir alles. Jacks scheint für das zu gehen. Wollen wir contesten? Mitte, durch Mitte. Ja, der wird die Kappe machen. Broschur. Ja, das contesten. Ich bin auch da. Mhm. Ich war das leider auch da. Ja, dann warte einfach. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt nicht warten, ist ja fein. Wir müssen das bloß nicht super sein. Okay, wird der Sherman, wenn du keinen Lantern bieten kannst, right? Na, der hat keine Uri. Alles gut. Jetzt glaube ich jetzt fein, jetzt fein der fight. Double. Shit. Ja. Ich kann hinten lang gehen, ich kann hinten lang gehen. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich bin da dran. Ich hab noch Flash. Dex hat auch keinen. Was hast? Boah. Butter? Butter? Okay. Sehr gut. Zurück, 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 zurück. Uh. Jetzt bitte hör mit dem Buu auf. Das ist doch ein guter Hook. Na warte. Den gebe ich dir klar. Ich glaube, ich hätte hier for sure Bluecane gehen müssen. Leider gegen die. So im Nachhinein. Ja, ich glaube das ist das Problem Bluecane, ja. Ist wirklich, ich komme halt nicht ran. Hä? Warum seid ihr denn so toxic, die beiden Solo-Lane? Ich verstehe auch nicht, was euch los ist. Ich bin mal lieb zu aggrin. WTF? Das war ich, das war ich, das war ich. Keine Ahnung. Genau deswegen mag euch in Solo-Cue schon niemand. Ach so. Wir machen uns in Solo-Cue nicht, hä? Richtig. Also eure Rollen. So. Was? Was? Ist ja auch egal. Äh, was wollen wir spielen? Drake hat zwei Minuten. Eigentlich muss ich dann wieder toppen gehen. Ja, wir sollten rumzwappen. Ja, wir müssen toppen. Und dann sollten wir uns für Drake bereit machen. Und ich bin tatsächlich super strong jetzt. Ich bin kurz weg, Bluecane. Mhm. Kriegen wir euch auch immer mit der Prime und können von Bottom spielen noch vorher? Hat Jacks gerade defied? Hattest du jemand gesehen? Ne, hat er nicht. Können wir mit der, können wir erst mit und dann von Bottom spielen, guys? Hab ich strong enough? Ja. Ich hab die P erwartet. Geil. Cool. Äh, Midpro steht und fällt den Jarben, ne, wo der ist. Der da in der Mitte ist oder hovern kann. Aber ich glaub, du kannst ja trotzdem wave-hitten, wenn ich hinter dir bin. Also wenn du da bist. Wer da hinter ist, kann der hitten. Dann ja. Dann ja. Aber wir planen jetzt vorgehen, sorry. Ja, wir wollen für Bottom spielen, für Freddy. Für Freddy. Für Freddy. Wir wollen Bottom haben, Bot Vision haben und dann Drake spielen. Also wir müssen nicht Bottom voll kriegen. Ich kann aber nicht vorgehen, ne? Ich hab die P. Ist der Jarben bei dir? Ähm. Darf er das? Äh, Lantern in 8. Lantern in 8. Lantern in 8. Lantern in 8. Wer ist das schon am rein-dotieren? Wir sehen ihn. Ich hab mir richtig meinen Kopf gegen die Wand geklatscht. Ich glaub, wir brauchen noch ne Midwave, oder? Ja. Aber ich würd auch mal base'n wollen, sogar, wenn das ok ist. Was hast denn du? Ich hab Infinity Edge. Dann geh jetzt, geh jetzt und Freddy nimmt die Midwave. Ja, die Dammit turret ist gone, wenn wir jetzt gebasen. Ja, du kannst mir die Dings zuwerfen, die Laterne. Ne, 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 ne. Lass den einfach abgehen. Und Brück geholt seinen Jhin. Äh, seinen EA. Ich bin jetzt auch hier, oder? Ja, oder wir fighten hier. Ja, oder wir fighten hier. Achtung, das ist ne... ein Ball. Das für AI resetten, bitte. Okay. Ja, das kannst du resetten gehen. Okay, ist fein noch. Ja, ist fein noch. Bags drop top wave. Der ist auch irgendwo gemoved. Also, das glaub ich... Nicht so worth, aber... Bags ist gone, I think, oder? Ne, ich hätt einfach durchziehen müssen. Brück ist sehr spät jetzt da. Ich hab Midpowder. Ich hab keine Wards mehr. Also eins noch. Bags ist noch top, aber... Aber wir haben die Midwave. Wir haben die Midwave. Hier hinten lang. Hinten lang, keine hinten lang. Nicht vorüber. Actually, müssen wir über mehrere... Entern. Denk dran, dass die keine... Jarvan Ult haben. Doch. Wir gehen für die Klemme. Wir entern hier. Wir entern hier. Wir müssen auf jeden Fall über mehrere Wege entern. Wir sagen, dass die Nashforcen könnten. Wir sind gerade sehr misskontiniert. Okay. Entschuldig. Lenker. Ich komm von hier, ne? Die gehen auf. Die gehen auf. Hol mal raus. Brück hier nachher hier unten. Bags depeats. Ne, ich glaub wir brauchen dich hier bei uns. Jarvan hat kein Ult. Ne, wir brauchen keine Angst haben vor dem. Ach so, okay. Dann ist free. Komm auf eure Seite. Hint ihr den? Hint ihr den? 50-15 und gewinnen den Pass. Morgz ist sehr, sehr low schon. Aber Achtung wegen Uri ult, ne? Wir können rein. Wir können ruhig. Wir können ruhig. Jarvan ult. Jarvan hier, Jarvan, Jarvan. Jarvan. Ja, das hätt ich sie gemacht. Ja, das hätt ich sie gemacht. Wollen wir Nash'n? Ja, Nash, 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 Nash. Ja, Nash. Ja, Drake Nash. Ich weiß nicht mehr, warum wir diesen Fight gewonnen haben überhaupt. Ich hab nichts gemacht. Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die... Ich hab das gesamte Team gewonnen. Ja, das glaub ich auch. Good Job Tolkien. Ja, ich... Aber ich war der einzige, der's gesehen hat. Das war voll gut von mir. Ja, what's that to me. Ne, ich will einfach Freddy-Kendle-Props geben. Der ist heute gemein. Seid ihr mit Nash'n? Also zu dir? Ich denk schon. Wollen wir nicht meine W-Mister. Der hat gar nicht gecheckt, was happened. Da war Jarvan links von uns. Ja, ne? Ja, ja. Ne, der ist einfach frontal in uns reingelaufen. Ich bin gefollowed. Ich hab dich, Bro. Na gut. Ey, warte. Ich hab dich, Junge. Ich hatte nen Blackout. Brate. Was gibt's denn da alles? Habibi. Brate. Der Bre und der Bro. Ich brauch noch eine Wave. Und dann hab ich mein Item. Ja, toll. Du versteffst aber echt Tempo hier. Ich tippe hier auf dem Map, wenn sein muss. Mir scheißegal. 15 Sekunden. 3 Lantern. Alles, als er das gesagt hat, ey. Wollen wir nicht 4-1 spielen? Ja, aber dann ihr aufs Hightlane, bitte. 1-4, meine ich ja. Top-Wave ist besser. Top-Wave ist schon dead. Meint ihr nicht? Ne. Mit der Wave einfach spielen. Okay, okay, okay. Bist du doch für einen Lantern nah? Ja. Nein, nein, nein. Ich geh weg. Lass die Mitte-Wave an Arthrocks, ich glaube. Ich kann die cashen. Ich bin sehr sankt. Ich kann das Dumps für den Fight. Die sehen jetzt, dass wir Wotswit gehen? Hast du hier gesweept? Ja, du bist gerade dabei. Aber wie gesagt, die sehen jetzt. Habt ihr Flashes aus dem letzten Fight? Irgendwas? Äh... Ich hab... Kane hat Flash und ist tot. Nein, ich bin fein. Dann ist... Spotland 3. Also dann wissen wir checks Kane. Hab mit, Kani. Die sind grad nicht hier. Ja, ich bin leider kein Kane. Ich... Ich beeil mich wirklich. Habt ihr P. Ja, hier kommt was. Ja, wir fighten wir, ne? Wir fighten, wir fighten, wir fighten. Er hat keinen Flash, der Jack. Wir fighten? Ja, wir fighten, wir fighten. Oh, was war das denn? Jack ist kein Flash. Boah, das war ein World in the Move. Uriana? 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 Uriana auch kein Flash mehr? Nice. Helfer! Lebst doch. Was? Ich mein nicht so. Ey, die Kälte spielt nicht schlecht. Wir haben dann auch kein Flash. Die Kälte macht ihr nur mit damage. Ich geh mit the pushen. Oh, schade. Ich hab gleich, dass Spooky mit den Kill geklaut hat, sonst wärs geil gewesen. Mh... Mitte? Ja, wir sollen den Reset wahrscheinlich dann noch rüber. Mitte Tower noch? Mitte Tower noch? Ja, ich geh raus schon mal. Also die Call ist nur, weil ich noch Gold brauche, ne? Also die Call ist nur, weil ich noch Gold brauche, ne? Das ist fuck mit Turret, fuck mit Turret. WTP hinter uns, potenziell. Und vielleicht schon RIP, wenn er... Wie lange hätten die Ulti-Cooldown von Jarvan? Der hat die wieder. Wahrscheinlich. Der hat die Ulti-Cooldown. Ich hab gleich Ramadons ready. 200 Reuner. Also eine Wave, pretty much. Geil. Oder... Beziehungsweise... 200 Last Whisper. Das... Okay, dann... Ich kann den Dorans einfach verkaufen. Oh. Mit Top-Third-Camps neben... Ja, ja. Äh... Gleich ist er für Top-Third, ne? Gleich ist er für Top-Third. Ja. Wir haben kein Nash mehr, aber... Oh, warte. Zwei Sekunden. Wir haben hier keinen Nash für... Hast du Lantern noch? Ja, ja, ja. Hab wieder. Ich hab wieder... Ich hab das Ende. Ich hab das Ende. Wir spielen für Drack. Nicht für Drack. Ja, nicht für Drack. Ja, nicht für Drack. Drack. Na gut. Ja, ist so. Ja, wir werden gegangt. Ich hab noch... Schau Mitte, maybe. Aber wir lassen das, ne? Ja, es war, es war. Ich war zu sehr gesloat. Dann push ich einfach, August. Ich... Also ich... Wir haben anderthalb Minuten, aber okay. Ich will, ich... Ich denk halt auch. Also das halt... Geht sich halt nie aus, ne? Oh, actually. Tempo, Tempo, Tempo. Naja, wenn wir Wischenspiel wollen, ist okay. Okay, ich... Ich hab auch ein Item. Kannst du schauen, dass du mich... Ich hab jetzt... Ich hol mir jetzt den Scheiß. Ich find Jabben sehr broken. So. Das hab ich gesagt. Cool. Hab ich auch schon gesagt, ne? Vielleicht solltest du den mal lernen, Algorithm. Ich wünschte man, ich könnte Jabben spielen, guys. Oh, geil. Mein Pink hat gewastet. Okay. I'm on the map. Und I'm ready to fock. Also dreimal bei... Ey, der Kett ist unten, guys. Wir können die einfach alle töten hier. Das sind drei Toppen, oder? Ja, die sind einfach tot. Ich komm mal zu euch. Ihr habt... Aber was? Ihr ist da, dass die da nicht langlaufen müssen, ne? Ja, die sind gleich tot. Wenn die hier... Wenn die mich finden, sind die tot. Wenn die mich finden? Ja. Ich bin im noch wilderen Plank, aber... Der Jabben hier? Der Braum muss da nicht langlaufen, aber... Können wir mitvermitten? Nein. Lantinen 7. Aber gut, jetzt glaube ich, Braum will keine mehr. Ich glaube, wir gehen einfach zum Dragon, ja. Ich glaube, wir gehen einfach zum Dragon, ja. Ja, wir drehen ab. Oder wir spielen noch für Top-Turrets? War mir schon ganz glücklich. Also wahrscheinlich kannst du allein für Twitch spielen? Oder ich nehme allein Dragon oder so? Und die geht alle Top? Ja, halten wir gerade Zeit. Wir halten aber mit den Fraster, damit die nicht Top ziehen können. Hm. Ich weiß nicht, ob ich 1-1 gewinne. Aber mal gucken. Kann ja einen Hover haben. Wir haben ja genug Leute. Ich habe kein Black-Schild gerne. Vielleicht kann Viktor hochmoven. Ich stehe, wir haben keine Wave oben. Wir nehmen keine Wave oben. Oriana, Shockwave ist raus. Wo schön. Vor dem Fight. Any Helpers? Jax. Ich komm top. Javan ist jetzt am Leben. Baitman, Death-Bot. Du musst den halt noch ein bisschen hinhalten, ne? Ich bin ja. Du gewinnst sogar, ne? Holy shit. Krass, dass du das gewinnst. Er ist Top Tier 2. Ja. Wir spielen, ja. Dragon ist gone. Also ich kann den nächsten Midway nehmen und dann direkt oben rein. Genau, wir spielen einfach alle Top. This is my gift. Two mortals. Ich push hard. Ich glaube, ich sollte gar nicht in Öffnung stehen. Nein. Du musst mich da auslintern. Ja, ja, ja. Das ist... Black shit ist auf Cooldown. Catelyn ist nicht mal da. Ich glaube, wir können liven, oder? Ich bin schon halb dabei. Wir haben kein Black shit mehr. 8 Sekunden auf Lantern. 7, 6. Mal wett, mal wett. Shockwave muss ich so ein Essen. Ich kann Record dp'en, wenn es sein muss. Gangpit an Jacks dp. 8 Sekunden hinter uns. Ja, ich glaube, wir gehen raus und spielen Nash-Setup. Ja, ja. Wir haben gute Botwave. Können wir nicht auf der Brushland weiter noch? Ich kann mit zu Wave nehmen nochmal, ja. Ja. Einfach die unter Druck halten. Aber einfach Nash machen, oder? Ich hab tp. Genau. Okay, dann noch eine Wave Pressure halten und dann Nash, oder? Genau. Ich hab halt keine Worts mehr jetzt, ne? So ich da... Aber ich kann nicht basen, sonst können wir nicht pressen. Ich meine, guckt auf die Botwave, Leute. Die werden auch reagieren müssen und spätestens dann ist alles fein. Also, ich würde hier den Recoil durchziehen. Entschuldigung, ich gehe auch basen. Ich brauche Worts für den Nash, wenn den Nash. Okay. Ja, aber... Ja, da geht's zu klein. All right. Okay, jetzt... Wir fielen uns ganz tief. Wir müssen da... Lauf direkt und mitnehmen. Lauf direkt und mitnehmen. Nicht hoch, direkt und mitnehmen, bitte. Ja... Wir sind alle zu uns. Tolkien, vielleicht bringe ich dich noch raus. Insane. Kommst du zu mir? Oh? Schade. Alter... Wie stark bist du bitte? What the fuck? Das ist echt crazy. Ich hab echt gut durchgefahren, Alter. Scheiße, ich hab nicht gebetet, Alter. Wenn die Nash'n? Cardi hat das, ne? Aber Leute, wir träumen dir. Nein, schade. Das ist echt anfaden. Also, ich weiß nicht, was wir zusammen spielen. Und unsere... Unser Lifeline resettet? Für unsere Camps? Ja, ich... Ich call das... Ich call das 30 Sekunden, bevor... Du hast... Nein, nein. Du hast meinen Call überschrieben. Mit dem Adek Reed haben. Das hast du gemacht. Das hat Argo den auch gemacht. Ja, ich stell doch mal ein paar Worts am Nash. Oh mein Gott. It's Worte. It's the vulnerable. Der hätten wir sonst nicht gehabt, Jungs. Fine, fine. Can win, can win. Wenn wir den Klaus, dann ist alles gut. Five Five Big Kings, baby. Oh mein Gott. Holy shit. Der war bei 75. Okay, 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 okay. Ja, du bist echt ein guter Thash. Aber die Hooks sind nice, that's true. Und Brookie? Jin? Broken? Mhm. Mhm. Der hat Broken Champ gerade. Really good. Wenn ich mit Dimension rechne. Same was. Wir werden jetzt für was schauen hier und hin. In der mittleren Linie, so wie es initial aussieht. Wollen wir in einen flankierten Fight. Wir spielen 4-1-Bot. Wir können auch für Bot gehen. Wir spielen 4-1-Bot. Wir spielen 4-1-Bot. Leute, die haben Nash. Wir sollten reagieren. Wir spielen jetzt gerade gar nichts. Wir spielen nicht für Bot. Guys, please. Hält mir mit der Defenden. Ja, ich hab vergesst das hier nicht schon. Ach, das ist alles okay. Ja, schon. Genau. Ich bin das auch eine große Waffe. Wir sollten mal kurz fahren. Ich hab den Bot genommen. Kann ich die kurz einstrudeln? Ja, gönne, gönne. Ich bin kurz vor Wolt bin ich. Wollt aber nicht. Die dürfen nicht pushen. Wir sind trotzdem stärker, ne? Ja, aber lass uns mal. Lass Freddy jetzt kurz an die Wave fahren. Wann hast du Wolt? Wolt dauert noch ungefähr 900. Wir geben Bot-Turret, defend den zweiten, okay? Bei Bot-Turret. Dann hast du's. Dann hast du's. Wir müssen jetzt schon mal Bot lane gehen langsam. Ich werd den sogar knapp nicht kriegen, ja. Shit. Wollen wir den kennen nicht, also? Ich komm so runter. Ja. Wollen wir gucken, ob jemand nehmt. Wollen wir Bottle in rein? Wollen wir Bottle in rein? Ja, wir sind zwei Mitte, zwei Mitte, ja. Ich hab keine Engage. Wir können die Wave leeren, aber wir müssen... Was ist mit Mitte? Wenn ich jetzt von oben flanke? Ich komm zurück. Wir kommen wieder zurück, Mitte. Wir kommen wieder zurück. Ich mag den Flankhaus vielleicht sogar. Wir haben da auch keine Vision. Wollen wir einfach rein? Ich bin in diesen Position. Ja. Ich komm von rechts. Ich komm von rechts. Morgan hat kein Binding. Jax ist immer unten. Ja. Ich hab Jarvan wahrscheinlich. Ich kann dir nicht helfen. Nice. Wir müssen jetzt auf Jax hergehen, guys. Was ist mit Jax? Ja, wir müssen jetzt auf Jax hergehen und dann Dragon nehmen wir am Ende. Jetzt, genau. Wir nehmen jetzt Jax, dann nehmen wir Dragon. Dann haben wir relativ viel verloren, aber nicht alles. Aber hin. RTP top. RTP top. RTP top. Wenn wir Dragon kriegen, ist okay. Das heißt, wir müssen top defenden, ne? What, what, what? Du gehst top defend. Der hat noch, oh, Sporo, ich hab noch Holz. Könnte desaster werden, maybe. Ist hier eine Catelyn-Trap? Ich seh das legit nicht. Ja, Sporeable ist das. Du schaffst das zu defend, ne? Ja, ich glaube schon. Er hat nur noch für eine halbe Minute Nash. Ich bin mir nicht sicher, wie stark Gax das ist. Will ich mit den Gage-Man erholt? Schwierig zu engage-Man, find ich. Aber wir können die auf jeden Fall vom Entern abhalten. Gax wird gleich Mitte kommen, ne? Läuwe weit. Die gehen für dich oben, glaub ich. Der große D-Wave ist gone. Der Dragon spawned jetzt. Der Dragon ist ab. Ich hab TP, Jax nicht. Ich hab TP, Jax nicht. Wir nehmen den einfach. Vorsicht, ich kann hochrotieren für dich, ne? Ja, ich kann sie auf jeden Fall. Mein Shepik-Tipp ist mit in sehr langsam. Cate ist Mitte, Cate ist Mitte. Die gehen Mitte. Der kann alle Bays schonmal. Hältet die TP'n hier, okay? Wenn die weiter halten. Wait, die kommen? Wir ziehen durch, oder? Wir ziehen durch, wir ziehen durch, ja. Wenn einer safe ist, dann ist es Argoin. Überhaupt nicht safe. Äh, ich, ich lauf hier runter für Laterne. Das ist fein. Ja, ich mein, wir können ja nicht, äh, so. Ja, it's, it's, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Es ist nicht schlimm. Ich bin nicht mad. Ich bin wirklich nicht mad. Ich bin nur enttäuscht. Wir haben kein Lash. Wir sollten welchen können. Hat Shavan geflasht oder geholtert? Irgendwas? Äh, gar nix. Außer klären Nulls. Dann brauchen wir eine Lifeline für unsere... Nulls, actually... Ne, 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 nur kein Nulls. Actually, ja, beide Flashe sind beide Feinden. Flagsheel ist gone. Wir können nichts machen, ne. Wäre bad gewesen, wenn wir alle stayen, oder? Ja. Ich denk schon. Weil Jacks auch... Actually, glaub ich... Wenn die in uns reinmoven, können wir, glaub ich, den Feind einfach gewinnen. Ja, ich glaub, wenn die in uns reingeht, aber sie können dann halt zur Mitte gehen, theoretisch. Und können die Mitte durchpushen, ne? Ja. Dann kollapsen wir auf sie. Und sie haben uns ja geblueboardet, also... Also, Leute, ich hab vier Items. Ich würd gerne reinfahren, ne? Ja, fahr doch mal rein. Ja, ich versuch ja die ganze Zeit reinzufahren. Ich bin auch sehr, 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 sehr stark. Eine Brücke kann, glaub ich, auch jeden von denen einfach wohnen hinten. Mh... Ja. Also eine Rotation, ne, aber... Ey. Ja, also... Der League of Legends Wornhead halt. Yes. Außer AP Varus, der kann wirklich. Trotzdem zwei hits. Eine Halb Nash. Habt ihr heute schon euer tägliches AP Varus-Game gespielt? Äh, der Jacks hat kein TP, right? Ah, dann nicht. Was für Mitte? Was für Mitte kennt? Ja, Mitte, Mitte, Sigurdos. Ja. Look her. Ich komm mal... Ich gebourode. Der Lake Shield ist gone. Na gut. Ich will mit der Zeit gegen Jacks verlieren, ne? Mhm. Je länger das Game geht, desto mehr wird er gewinnen können. Ah, wir sollten aber nicht... Ah, wir hätten grad Nash-Vision holen sollen. Oder nach oben, oder? Können wir machen, ja. Nach dem nächsten Raphael noch ein bisschen Zeit. Ja, dann das für die nächste Game. Ja, Jacks könnte vielleicht von hinten kommen. Kann schon da sein. Ich hab TP, wenn er kommt. Ich find den mal, ja. Ähm... Du bleibst hinten. Nimm ruhig. Guys, es ist... 30 auf Nash. Like... Ja, was machen wir denn jetzt gerade? Kinder. Black Shield is gone. Okay, ich komm. Ich go aus da rein. Ich go aus da rein. Jab? Ja, wann Jab? Die sind hinten sehr gesungen, ne? Also... Ja, wir... Wir killen Jab, ja. Okay, we're going ham. Ich werde sterben, aber... Ich glaube, das ist maybe not too bad. Ah, das... Oh, ich bin glaube ich zut, ne? Wir müssen noch base defend gleich. Udi Flash? Ich werde verloren, ne? Jupp. Oh, ich misplatte nicht. Digit, wir gewinnen das. Ich auch, aber ich kann die Kettel nicht von hinten. Ich seh mich schon. Er ist schon wieder verloren. Leider in der Trap gelaufen, da hat die mir 1800... Ne, das sind sogar mehr. Die haben mit einem Auto-Attack 2.028 Schaden gemacht. Mit einem Headshot-Damage? Mit einem Headshot-Damage, ja. Ja, das ist Headshot-Damage, richtig. Ja, Headshot und Yordle Schlagfalle. Ja, ja. Aber da wird die Trap mit der Passive zusammenverrechnet. Das sind wahrscheinlich zwei jetzt. Du kannst kein Damage, 2.000 Damage machen mit einer Trap. Okay. Ja. Aber es sind jetzt drei Autos, ja. Lass dich tippen, Jörg. Ja. 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 Ja.